Ok, ich warte. Rakesh! Ja? Telefon für dich. Hallo! Guten Morgen, wer ist da? Ja, hallo. Schönen guten Tag. Hören Sie mich gut? Ich kann dir gut hören, meine Bruder. Wer bist du? Mein Name ist John Martin. Ich bin Kundeberater von Kamelkar Capital. Kamel? Kamelkar Capital. Wie schreibt man da? Also, Sie haben einfach bei unserem Handelspray Quantum AI angemeldet. Oh, ja! Anmeldung machen! Mit Popo Gin und Beideiner, ok? Können wir Geld machen? Ja, natürlich. Aber sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nein, keine. Nur mehr Schweinchen und Ziegenbock haben. Drei Stück. Ok? Klingt gut. Super, das klingt sehr gut. In diesem Fall sagen Sie mir bitte, mit welchem Startkapital möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Ah, Ziegenhaar von Kasachstan, ok. Können wir Geld machen? Hm, wie viel kostet es? Ah, ich kann dir gute Preise machen. Wie viel du brauchen? Wie viel nehmen bei deiner? Bei uns mindestens der Betrag ist 250 Euro. Ok, dann 30 Gramm geben. Ok. Oh mein Gott, das ist ein gut... Ha? Das ist ein gutes Angebot. Ja. Aber bei uns können Sie nur mit Euro Kontakte werden. Ah, ok. Kein Problem. Kein Problem. Wir können das machen. Ok, super. Und sagen Sie mir bitte, wie möchten Sie Ihr Startkapital auf Ihr Handelskonto beweisen? Also mit Online-Bänden, mit Kreditkarte oder mit Kryptowallet? Ja, Brieftaube bei Deiner bringen, ok. Kann du mir Adress geben? Äh, Entschuldigung, was brauchen Sie? Adress, Adress. Äh, Reichenstraße 11, Wien, Österreich. Nein, 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 für Banking. Für Banking. Kann du mir eine E-Mail geben bei Kontonummer? Bank, IBAN-Number? Ja, genau. Eine Sekunde. Ich soll jetzt überprüfen, ob wir Reibere behalten. Eine Sekunde. Was? Ja, ja. Durch viele Kunden haben wir keine Reibere behalten. Deswegen soll ich das überprüfen. Eine Sekunde. Oh, nicht mal deine Bücher für die Halter, musst du den selber festhalten. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut für den Businessmen, right? Also ja, in diesem Business muss Behalter sein. Deswegen haben wir viele Behalter und nicht jedes kann überweisen bearbeiten. Oh. Ja, ist ja auch Feiertag heute. Heute ist ja Karl Freitag. Viele Menschen schlafen bei dieser Zeit, right? Neue Idioten bei Telefon sitzen und telefonieren. Ich verstehe das. Ja. Ich verstehe das. Okay. Nach der Überweisung müssen Sie uns auch Quittungsbeleg senden. Was machen? Ja, überweisen. Quittungsbeleg von überweisen. Was der bedeutet, mein Bruder? Sag mir, wie viel Geld kann man bei deiner Affenstahl verdienen? Kannst du mir sagen, bei einem Jahr oder einem Monat oder drei Minuten? Ja. Also mit Mindestbetrag werden Sie garantiert von 1.000 bis 2.000 Euro pro Monat verdienen. Sagen Sie mir, vielleicht möchten Sie... Wie viel? Bei einem Monat? Von 1.000 bis 2.000 Euro pro Monat. Dann aber nicht nur 250 Euro pro Monat geben. Wir müssen einen guten Deal machen. Mit 250 können Sie natürlich gutes Geld machen. Das ist kein Problem. Das würde viel zu wenig mehr machen. Wenn du so gute Profit haben, du gutes Geld kriegen von indischer Mafia. Okay? Äh, ich würde noch mal. Wie viel Geld kann ich bei deiner Geburt? Können wir 1.000 Euro pro Monat machen? 1.000 Euro pro Monat? Okay, in welcher Zeit? Pro Monat? Kein Problem. Sehr gut. Nein, Investment. 1.000 Investing machen. 1.000 oder 1.000 verdienen. Investing machen? Ach so. Bob Pantshot? Ja. Ja, das kann sein. Bist du... Von wo? Du aus Österreich anrufen, meine Bruder? Ja, ja. Ich habe das gesagt. Reichenstraße 11. Und ja, ich mich nicht kennen. Warte, ich bin aus India und bei Deutschland leben. Was mir Österreich interessiert. Wenn du nichts hast, heilige Kamäle, heilige Kuhn, heilige Zügebock, mir egal. Das ist ein Angebot für jedes Kunde. Also egal von welchem Land sind sie. Ja. Wenn sie Deutsche oder wenn sie nicht von Österreich, das ist kein Problem für uns. Ich bin von Bangalore, India. Okay? Du verstanden? Okay. Ja, verstanden. Okay. Super. Eine Sekunde. Motherjot. Jetzt müssen wir für Sie auch im Voraus alles vorbereiten. Deswegen müssen wir Ihr Handelskonto auch korrekt registrieren. Sagen Sie bitte nochmal, also welche Bürgerschaft haben Sie, haben Sie deutsche Bürgerschaft? Ich bin Indisch-Doppelagent, ich habe auch die Stadtbürgerschaft von Pakistan, okay? Von Pakistan? Ich gehe die Kontrolle machen bei Checkpoint. Mhm. Double Agent. Hahaha. Okay. Und sagen Sie mir bitte auch, wie alt sind Sie? Ich bin 31 Jahre alt. Mit Betonung auf Ziegen. Mhm. Alright. Super. Du bitte, gute Junge. Ja, bitte auch. Sag mir, wie lange ist er, wenn er hart ist, okay? Kannst du mir sagen, so von einem Bruder zu dem anderen Bruder? No homo. Äh, nochmal was sagen? Wie lange ist er, wenn er hart ist? Fragezeichen. Äh, wie lange was? Wie lange ist dein Ding-Dong, wenn er hart ist? Right? Hallo? Entschuldigung, nochmal was ist mit Kinder? Nicht Kinder? Oh mein Gott. Wie lange über Kinder reden? Nein, nein, nein. Ding-Dong. Deine Jilly Ding-Dong. Äh, Chicken Tikka Masala. Ah, so. Ah, so. No homo. Aber ich möchte wissen, wenn ich Business mit einem Mann mache, der muss große Ding-Dong haben. Nein, ich mache das nur mit Frau. Entschuldigung. Ja, ich auch. Ich bin kein, äh, ich bin kein Game-Machen. Ich möchte nur wissen. Ja, so. Wir wissen das hier über mich. Ist der klein oder groß? Das ist genug, genug. Wofür? Ich denke, das ist genug von, ähm, ich denke von 20 bis 30. 20 bis 30? Aber ich kann nicht das. Oh mein Gott. Du musst aufpassen, wenn du Fahrrad oder Skateboard fahren, da du nicht umkippen, okay? Dann musst du eine Helm-Anziege machen. Ja, okay, okay. Du bitte gute Junge. Du bitte gute Mann, right? Weil wir für meinen Doktor Willmann suchen, können wir eine Vorstellung bei dir machen? Du bitte gute Businessman, du hast ja große Ding-Dong, du viel Geld haben. Hm, ich will dir nicht genug, hätte ich zu sagen. Wenn sie denken, dass ich nur im Büro arbeite. Nein, 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 nein. Aber wie alt bist du, meine Freund? Wie alt bist du? Äh, 24. Oh, das tut sehr gut. Kannst du dir, möchtest du meinen Doktor kennenlernen? Hm, was eigentlich? Deutschsprache oder etwas über die Bereich? Mein Doktor? Denn Indisch sprechen, Deutsch sprechen, Englisch sprechen, Hindus sprechen, Ziege Sprache auch machen. Und den Maulwurf. Weil wir gute Partys für meinen Doktor suchen. Du bitte ehrliche, gute Businessmen mit viel Money Money, dann können wir, können wir Deal machen. Okay. Ja, das ist ein gutes Wesen, das ist ein gutes Angebot. Oh, sehr gut. Kann du mir dein E-Mail geben? Dann kann ich dir Bildschickung machen. Ja, ja, kein Problem hast du. Ich sag dir schon ein E-Mail. Eine Sekunde, Moment. Du oft Menschenhandel machen? Oder ist das erste Mal? Ja, ja, genau. Ich hab auch, ich hab auch Konto. Ja? Frag sich in diesem Bereich. Wissen Sie, warum ist ich noch da? Wissen Sie, warum ist noch diese Arbeit? Ja, weil du bist ein guter Mensch, du willst anderen Menschen helfen. Wird dir sehr lieben bei India für dein Engagement machen? Glaubt man sagen so. Äh, was mit India machen? India. Ein Partnerschaft oder was? Ja, right. Mh, das kann auch sein. Warum nicht? Wir können, äh, Dinner bei Indian Embassy machen, bei, äh, bei Vienna. Und dann können wir Vorstellungen von meinem Doktor bei deinem machen. Mhm. Ja? Das kann sein. Das kann sein. Das kann sein. Ist bei dein... Meine Brüder, meine Schwiegersohn, ist bei deinem Office ein Party drinnen? Menschen schreien wie bei indischer Hockzeit, aber mein Doktor noch gar nicht die Vorstellungen machen. Mhm. Okay. Warum Menschen schreien bei deiner... It's fire, fire emergency? Nein, jedes Mann muss ein bisschen laut reden. Aber warum? Aber warum denn? Also nicht jedes, äh, Mensch hört unsere Stimme. Na, die schreien. Die schreien wie Ziegenbock, wenn der kein Futter kriegt bei drei Tagen. Du musst, ich muss wissen, mein Doktor, mein Doktor 130 Kilogramm, du musst gute Fütterung machen, damit die nicht zu tun werden. Wie viel, wie viel Kilogramm? 130? Mhm. Das, das ist zu viel für mich. Was? Was? Vielleicht ein bisschen weniger. Weniger? Vielleicht haben sie eine andere Tochter. Die gab es drei Stück. Drei Stück? Okay. Super. Und... Wer hat deine Figur? Äh, Ganesha. Ganesha? Aha. Und wer... Was? Was hast du sagen, mein Bruder? Ich frage, wie alt Ganesha? Ah, den... 15 Jahren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich darf nicht im Gefängnis sitzen. Nein, nein, nein. Indian Embassy, right? Nicht im Gefängnis. Wir nicht da arbeiten. Ah. Okay. Das ist mein Bruder. Ja, das kann sein. Da können wir Kennenlernung machen, können wir gute Investment-Deal machen und Verheiratung machen. Okay. Dann sagen Sie mir bitte, wann kann ich in India fahren? Also sind Sie in India jetzt? Nein, nein, nein. Wir bei Vienna kommen bei drei Wochen zur Visitation machen von meinem Bruder. Mein Bruder Indian Ambassador bei Vienna und dann können wir Meeting machen. Okay? Und Investment-Meeting bei deiner drinnen. Du musst mir gute Offen machen und E-Mail. Hast du E-Mail schreiben? Ja, ich habe E-Mail gesendet. Sie können mir bei dir das E-Mail-Foto von ihrer Tochter senden. Right. Okay, wir können machen. Du dann auch Bild schicken, ja? Ja, ja, genau. Oder Instagram. Das kann auch sein. Wir alle haben. Instagram, Snapchat, Skype, AOL, MSN. TikTok nicht gut. TikTok von Pakistani. Wir nicht wollen. Also. Okay. Und was benutzen Sie jetzt? Wenn Sie keinen TikTok haben, dann... Alle anderen. Alle anderen. Aber nicht TikToken. Nicht TikToking. Okay. Gut. YouTube, Instagram, Facebook, India-Dating.org. Wir alle haben. Okay? Okay. Okay. Super. Super. Wie groß bist du? Alles gut. Das... 1 Meter und... 70 Zentimeter. Oder ein bisschen mehr. Oh, kleiner Mann. Du kein gutes Essen kriegen von deiner Mutter? Du bitte so klein. Äh, ja. Leider. Zu mehr als nur 24 Jahre alt. Was möchten Sie von mir? Wir von vorne ein Ziege nehmen. Von hinten ein Ziege nehmen. Und ein Seil nehmen. Und wir die größer machen. Wir drei Zentimeter schaffen. Mhm. Mhm. Oder Boxspannung machen. Mhm. Können wir die machen? Ja, das kann sein. Aber Sie haben mir noch nicht wild von der Tochter gesendet. Ja, aber du mir kein E-Mail schreiben. Sie musste nicht etwas schreiben. Du musst mir ein E-Mail schreiben, damit ihr dein E-Mail-Adress haben. Ich hab das schon gemacht. Wohin soll ich das Bild schicken? Bei Lieber Gott? Oder du? Nein, hier keine E-Mail kommen. Warte ich nochmal bei meinem Konto gucken. Mhm. Hier keine E-Mail kommen. Kann du nochmal schicken, mein Bruder? Ja, okay. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Dabei, dabei. Sagt mal bei deinem Land, oder? Was bedeutet das? Schneller, schneller. Jalla, jalla. Mhm. Ist das eine Indiensprache oder was war das? John Martin, Light Finance. Aber dein Name, bist du von England? Nein, von Amerika. Echt? All right. Gott save the king, right? Mhm. Right. Ja, okay. Möchten Sie in Amerika vielleicht fahren? Was? Wir haben auch ein gutes Angebot für Sie. Was soll ich machen? In Amerika? In Amerika fahren. Kann das sein? An Urlaubsmarkt. Nein, nein, nein. Amerika nicht gut, weil wir immer bei American people anrufen und sagen, Hallo, mein Name ist Eduard Martin von IRS und Sie Texschulden haben. Ja? Wenn wir bei Amerika kommen, die Gefängnis machen. Ja? Ach so? Mhm. Schön, dass ich das wissen. Bei deinem E-Mail Hamilcar stehen. Was bedeutet? Hamilcar? Ja? Das Name von unserem Unternehmen. Das ist der Name von deiner Firma, aber du sagst, du bist lightfinance.com. Was ist Hamilcar? Hamilcar, das ist ein Hauptunternehmen. Und wir haben eine Partnerschaft mit Quantum AI, mit unserem Handyspray. Wer ist der? Ich knick den Namen. Ja? Entschuldigung noch einmal. What? Wer ist der? Er war er. Und so? Ja? Wie ist sein Name? Mein Name? Von Hamilcar. Wie ist dein Name? Hamilcar Capital. Das ist der Füllname von unserem Unternehmen. Das ist der Füllname von unserem Unternehmen. Das ist der Füllname von unserem Unternehmen. Entschuldigung? Du sagst, du bist amerikaner. Du sollst englisch sprechen. Ja, ich kann, aber laut der Regel unser Unternehmen kann ich nicht jetzt... Wie ist dein Website von Hamilcar? Wie ist Hamilcar Website, right? Möchten Sie den Link unserer Website erhalten? Du mir sagen, hamilcar.org.com.io.net.de, what am I supposed to do, right? Mhm, genau. Sag mir, Benzot. Nochmal, was muss ich Ihnen sagen? Domain. Domain? Hamilcar.com. Moment, hast du, ich sende Ihnen das recht. Du musst nur sagen, du machst nichts zu komplikieren. Ja, oder so, oder wer so. Just tell me. Und was werden Sie mit Türmen überprüfen? Angucken machen mit den Augen und mit Hühneraugen. Und was werden Sie mit Augen machen, was werden Sie gucken? Angucken. Okay, dann kann ich Ihnen einfach Links zu unserer Webseite senden. Oh, Benzot, du mir sagen, du Spelling machen. Nein. Oh mein Gott. Möchten Sie unser Domain überprüfen, oder was? Ja. Und was, wer hat weiter? Wollen Sie dort eine Lizenzierung schauen, oder was? Right. Ich geh mal angucken. Was angucken? Dort haben wir keine Lizenzierung, keine Unterlagen. Warum nicht? Du musst ihn haben. Ja, haben, aber nicht bei unserem Domain. Zeig mir die Webseite, Maderyakka, right? Auf Webseite haben wir alle Lizenzierung. Benzot. Du mir geben, oder? Wir brauchen nicht reden. Wir immer sind. Dabei. Ich bin dröste. Bratan, dabei. Ich weiß, dass du Gavari Paruski, right? Ähm, Afronischisch? Afronisch, oder was? Right. Ich höre doch, dass du bist doch von Moskwa, right? Ähm, nein. Doch. Du der Herr, komm. Kage die Labe, leid. Ich war nicht in Moskau. Right. Alle Frauen bei deiner Lachen. Ich weiß nicht, warum. Feiertag. Ja, Feiertag und alle bei Sticky Callcenter drinnen sitzen. Ist schlimm. Das ist kein guter... Das ist kein guter Kunde, weil immer Menschen schreien, wie die Ziegebocke, die kein Futter kriegen. Ach so, dann Sie können mir einfach sagen, ich werde etwas mit dem Mikrofon tun. Vielleicht hören Sie mich jetzt... Stick it, stick it where the sun down shine, right? Ja, wir schreien. Alright. Menschenhandel machen. Kannst du mir Bankdaten schicken bei E-Mail? I-Bahn-Account-Number? Bei der Bank. Das ist auch sehr wichtige Frage. Right. Darum frage ich doch. Ich kann eine wichtige Frage stellen. Das ist eine wichtige Frage. Durch unsere Absichtbehörde müssen wir wissen, ob man sich irgendwelche Schulden oder Kredit bei der Bank. Wenn Sie keinen Kredit haben, dann können wir also keine Sorgen machen. Wenn Sie keinen Kredit haben, dann wird Ihr Bank von Ihr Konto, Ihr Startkapital und Ihr Gewinn abheben. Und dann werden wir Ihr Konto deaktivieren. Deswegen frage ich Ihnen voraus, ob Sie irgendwelche Kredit bei der Bank haben. Nein, nicht, nicht, aber Sie können fahren. Okay. Sie können fahren. Ist das Kredit? What? Ich habe nicht die Frage gestellt. Goat Farm. Was ist das? Ich habe. Was bedeutet das? Bei Backyard drinnen. Ich mache die Jacke Juni von Amerika, right? Von was? Du bist nicht von Amerika. Du kannst kein einziges englische Wort verstehen machen. Warum du mir dann lügen? Ich kann nicht auf Englisch sprechen. Nein, du auch nicht verstehen. Du auch nicht verstehen. Du bist Russki. Du bist von Russland, right? Wie geht es Peskov und Lavrov? Haben Sie einen guten Tag heute bei Osland? Bei uns, Lavrov. Ich verstehe nicht. Über was sprechen Sie? Über Diplomatic Treason, right? Ich habe keine Diplomatik-Problem in Schließen. Ich weiß nicht. Right. Warum du machen? Jetzt sollen wir erfolgt. Ja, du mir dein Banknummer bei E-Mail schreiben. Okay. Ich habe noch nicht alles vorbereitet. Du kannst, du bist viel zu langsam bei Abzock machen. So wirst du keine Geld verdienen. Nein, wir müssen einfach ihr Akkonto im Voraus registrieren. Deswegen habe ich ihn noch nicht in Bankdaten. Dann mach doch. Dabei. Okay. In zwei, drei Minuten werden Sie eine E-Mail mit Bankdaten erhalten. Oh, mein Gott. Du musst die Telefon, Pauschal-Luster, Raid. Wir wollen das ein bisschen später besprechen. Okay. Dann, entschuldigen, ich muss lachen. Ich muss lachen. Okay, ciao. Und lachen auch. Wir haben einen Termin mit Kunden. Du bitte voll trotteln, right? Okay, dann bis später. Okay, tschüss. Du bist ein dummer Mensch, okay?